Musik Converse Search ist eine auf SEA und Web-Analyse spezialisierte Agentur im Tourismus. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Google AdWords, Bing Yahoo, aber auch Yandex für den russischen Markt und Beidou für China. Und wir kommen eigentlich aus Sachsen und haben jetzt aber auch ein Büro hier in Berlin und waren heute schon auf die NTB, hatten einen tollen Tag und freuen uns auf eine schöne Party hier.